Herr Anwalt kann in seinem Spiel leider immer noch nicht springen. Darum habe ich das mal geändert. Ja gut, die Sprunghöhe war vielleicht ein bisschen zu hoch, aber jetzt passt es. Äh, ja. Macht aber irgendwie auch Spaß, den Lehrer umzuspringen. Ich habe dann noch eine Sprunganimation gezeichnet und jetzt sieht es doch ganz gut aus. Also, abgesehen vom Lehrer vielleicht.